Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal und damit auch willkommen bei einem neuen Chart-Video. Wir haben hier heute wieder drei Aktien für euch und zwar Tesla, Xiaomi und JD. Wir fangen jetzt auch gleich mal mit Tesla an, denn es gibt tatsächlich neue News zu Tesla. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, gestern Abend nachbörslich wurden die Quartalszahlen vorgestellt und die sind tatsächlich sehr, sehr stark. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn sind über den Erwartungen und die Auslieferungen, die lassen sich auch auf jeden Fall sehen. Das Ganze auch trotz, dass man natürlich Probleme hatte, unter anderem mit dem Werk in Shanghai. Das musste ja teils einfach dicht machen durch den Lockdown, aber natürlich auch andere Probleme wie Teile. Insgesamt hat man so ein bisschen Angst, dass jetzt über die nächste Zeit Rohstoffe fehlen könnten, zum Beispiel Lithium und so weiter. Das heißt also, dort könnte es vielleicht etwas gefährlich werden. Außerdem wurde noch angekündigt, dass man ab 2024 ja ein Robotaxi bauen möchte, was weder ein Lenkrad noch Pedale hat und dazu hat man gesagt, das Ganze könnte vielleicht sogar günstiger als ein Bus sein, was die Fahrt angeht. Kommen wir ganz kurz zu den Zahlen, das könnt ihr unten schon sehen. Wir hatten Gewinn je Aktie von 3 US-Dollar 22 und das könnt ihr auch unten ebenfalls sehen. Die Überraschung sehr groß, es wurden nur 2,26 Dollar erwartet. Das ist doch deutlich über dem, was man erwartet hat, aber auch der Umsatz ist kräftig gestiegen. Und zwar um ganze 81% auf 18,8 Milliarden US-Dollar. Kommen wir mal ganz kurz zu den Herstellungen bzw. den Auslieferungen. Hergestellt wurden tatsächlich im ersten Quartal 305.400 Fahrzeuge, ausgeliefert wurden etwas mehr, weil man noch aus dem Vorjahr was hatte und zwar geht es dabei um etwas über 310.000 Fahrzeuge. Also auch hier sehr positiv, da geht man auch davon aus, dass man diese Leistung halten kann. Dementsprechend also sehr schöne Zahlen für Tesla. Und wenn wir uns das mal angucken, die rot gestrichelte Linie ist der Tagesschlusskurs gestern. Und dann sind wir gerade hier an der gelben Linie, das heißt also vorbörslich sind wir im Bereich bei knapp 1.043 US-Dollar. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, wenn wir hier tatsächlich auch in diesem Bereich bleiben, wäre es sehr interessant für eine Long-Position von diesen 1.040 zum Beispiel Richtung 1.120. Stop-Loss in dem Fall unter dem, also jetzt mittlerweile Unterstützung, Widerstand. Hier in diesem Bereich Richtung 1.015 US-Dollar, das wäre also sehr interessant. Sollten wir natürlich wieder nach unten abrutschen, da könnt ihr das hier schon ganz gut sehen. Wir haben hier in diesem Bereich so eine leichte Unterstützung, da könnte es dann doch durchaus fürs Erste hingehen. Würde ich jetzt nicht unbedingt traden, da kommt auch die 50-Tage-Linie. Wenn dann eher tatsächlich da drunter 960 Richtung 906 mit dem Stop-Loss dann über dieser leichten Unterstützung, zum Beispiel bei 980. Ebenfalls interessant wäre natürlich der Ausbruch nach oben und zwar über diese 1.120 ungefähr in Richtung 1.200 US-Dollar natürlich. Da könnte man natürlich, wenn man diesen Trade hat, hier weiter Long geben, beziehungsweise wenn wir über den Widerstand bei 1.117 kommen, Richtung 1.125 zum Beispiel. Hier einsteigen, Stop-Loss dann in dem Fall bei knapp 1.110 US-Dollar und wie gesagt Ziel knapp 1.200 US-Dollar. Sollten wir da drüber kommen, dann können wir doch durchaus auch neue Hochs in Angriff nehmen. Wir kommen jetzt mal zu Xiaomi und auch JD. Dort läuft es einfach nicht so gut. Wir haben immer mal wieder über China gesprochen, die Wirtschaft ist gerade nicht ganz so stark, was vieles jetzt angeht. Man hat diese Lockdowns, das belastet natürlich generell auch der Hafen in Shanghai ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Das könnte also auch durchaus zu Problemen führen, weil dort einfach immer pro Tag wirklich jeden Tag ein neuer Stau entsteht. Jeden Tag wird das Ganze länger, weil man halt dementsprechend diese Lockdowns hat und deswegen einfach zu wenig Mitarbeiter. Das heißt also, das belastet generell China, wenn wir uns jetzt den Hang Seng und so weiter angucken, ist der auch doch durchaus unter Druck. Jetzt können wir uns aber mal Xiaomi angucken und dort sieht es wirklich mittlerweile echt nicht mehr schön aus. Wir sind hier wirklich, wirklich stark auch nach unten ausgebrochen. Wir hatten ja hier im Prinzip, sagen wir mal so, diese wichtige Unterstützung oder den wichtigen Widerstand bei 14 Hongkong-Dollar. Da konnten wir uns nicht mehr gegen durchsetzen. Wir sind runtergekommen, konnten uns nach oben nicht mehr durchsetzen und seitdem geht es hier noch steiler wieder bergab. Jetzt wird es interessant. Wir sind gerade mitten auf einer Unterstützung drauf und da wäre jetzt einfach die Frage, können wir diese dieses Mal halten oder nicht? Sollte man diese Unterstützung nicht halten können, kann es auch sehr schnell in Richtung 10 Hongkong-Dollar 80 gehen. Eventuell geht es dann sogar weiter in Richtung knapp 10 Hongkong-Dollar. Dort ist dann natürlich nochmal eine wichtige Unterstützung. 10 Hongkong-Dollar brauche ich jetzt nicht sagen, psychologisch, da haben wir auch immer mal wieder eine Unterstützung gehabt. Was ganz interessant wäre, wäre tatsächlich für eine Long-Position, entweder wir prallen jetzt hier mal ab, können eventuell eine kleine Long-Position aufbauen. Finde ich jetzt noch gar nicht so interessant. Eher, wenn wir aus diesem Abwärtstrend hier ausbrechen, zum Beispiel in Richtung, da haben wir mal 29. April, 13 Hongkong-Dollar 10 Long-Position, Richtung des nächsten Abwärtstrends, den wir hier schon etwas länger haben, der hier schon seit ungefähr August 2021 ist und natürlich Widerstand bei 14,80. Das wäre so das nächste Ziel, was sehr interessant wäre. Stop-Loss in dem Fall dann tatsächlich innerhalb des Abwärtstrends wieder. Dann gehe ich davon aus, dass es wieder weiter runter geht. Das also ganz kurz zu Xiaomi. Natürlich, wenn wir jetzt diesen Abpraller hier nutzen wollen, dann den Stop-Loss sehr close setzen, zum Beispiel auch schon bei 10 Hongkong-Dollar 36, Ziel wie gesagt dann knapp 12 Hongkong-Dollar 30. Das wäre natürlich ganz nett oder halt wie gesagt einfach abwarten, wäre die sichere Variante oder halt abwarten, ob wir unter die Unterstützung fallen, dann kann es hier durchaus noch weiter bergab gehen. Dann als nächstes JD, ich habe es gerade schon so ein bisschen erklärt, wir haben einfach auch hier natürlich Logistikprobleme. Das betrifft natürlich JD ebenfalls und deswegen ist JD hier auch unter Druck. Wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr gerne übrigens abonnieren und auch liken, das würde uns auf jeden Fall freuen. Auch hier können wir nochmal sehen, im Übrigen, wir haben hier so einen leichten oder auch stärkeren Abwärtstrend zum Teil, könnt ihr ganz gut erkennen. Da sind wir mittlerweile auch wieder etwas von weg. Wir sind jetzt hier also wieder gefallen. Aktuell übrigens der Kurs vorbörslich auch hier an der gelben Linie, es heißt also in Richtung 52 US-Dollar. Hier wäre es interessant, geht es auch in Richtung 49 US-Dollar 20. Das könnte man vielleicht traden, muss man aber nicht. Ich würde eher interessanter finden tatsächlich nach unten den Ausbruch, zum Beispiel in Richtung 48,60 oder von 48,60, eher gesagt in Richtung knapp 41 US-Dollar. Und dann natürlich mit einem Stop-Loss hier drüber, zum Beispiel 50 US-Dollar 50. Das finde ich würde sehr, sehr viel interessanter aussehen. Oder eben dementsprechend die andere Richtung, vielleicht geht es hier relativ fix wieder hoch. Das heißt also, wir erreichen vielleicht die 57 US-Dollar wieder innerhalb der nächsten Tage, ist unrealistisch, aber es kann natürlich auch ein bisschen länger sein, meinetwegen auch bis zum 9. Mai. Und dann wäre hier interessant, der Ausbruch nach oben über dem Widerstand, über diesen 56,60 mit dem Ziel dann in Richtung 63,50. Stop-Loss in dem Fall zum Beispiel bei knapp 55 US-Dollar, 80 oder 90. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren und so weiter und so fort. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr Lust habt zu traden, könnt ihr euch gerne unsere Trading-Videos angucken. Gibt es auch vieles für Anfänger. Das heißt also, da könnt ihr gerne reingucken. Ich habe das einmal komplett gezeigt auf Naga, wie das Ganze funktioniert. Da könnt ihr gerne reingucken, wenn euch dann Naga interessiert, könnt ihr da euch auch gerne über uns anmelden. Das würde uns unterstützen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.